Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Mein Name ist Leo und heute möchte ich dir meine Einführung zu Google Slides im Jahr 2023 geben. Wenn du keine neuen Tutorials mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Kanal. Dort findest du auch viele weitere Videos über Google Docs, Google Sheets und Google Slides und auch die jeweiligen Einführungen dazu im Jahr 2023. Und los geht's, wie immer, nach dem Intro. Viel Spaß! In dieser Einführung werde ich mich hauptsächlich auf die Grundfunktion von Google Slides beschränken. Ich habe bereits schon viele Tutorials über Google Slides gemacht und wie ihr zum Beispiel Objekte ausrichten könnt oder wie ihr zum Beispiel die Animation genau einfügen könnt. Deswegen beschränkt sich dieses Tutorial in diesem Jahr hauptsächlich auf die grundlegenden Funktionen. Also ich werde dir zeigen, wie du eine neue Präsentation erstellst und wie du dann dort Text einfügen kannst, wie du Folien einfügen kannst und Bilder einfügen kannst. Auch wie man diese animieren kann und wie du letztendlich natürlich auch Google Slides präsentieren kannst. Und ich gebe dir dann noch einen kurzen Überblick, wie du zum Beispiel deine Datei herunterladen kannst. Aber für viele, viele weitere Funktionen von Google Sheets ist meine Playlist verfügbar auf meinem YouTube-Kanal, wo ich schon über 30 Tutorials habe, wie du deine Präsentationen eben verbessern kannst und was es alles für Funktionen gibt in Google Slides. Und wenn du Google Slides das allererste Mal benutzen möchtest, brauchst du als allererstes ein Google-Konto. Ohne Google-Konto geht es nicht. Du musst dich dort anmelden und ein Konto erstellen und dann kannst du auch Google Slides benutzen, genauso wie Google Sheets und Google Docs. Damit hast du auch gleichzeitig Zugriff auf deine Google Drive, also einen Cloud-Speicher von Google, wo dann auch alle deine Präsentationen immer automatisch gespeichert werden. Und das heißt, du musst dich um nichts kümmern beim Speichern. Das wird immer automatisch gespeichert. Nach jeder Änderung, die du machst, wird das Ganze auf Google Drive gespeichert und es ist nahezu unmöglich, dass du diese Dateien verlierst. Und du kannst sie auch auf all deinen Geräten abrufen, wo du dich dann mit deinem Google-Konto anmeldest. Das heißt, du hast auch da den Vorteil, dass du jederzeit und von überall auf deine Dokumente, Tabellen oder in dem Fall eben deine Präsentationen zugreifen kannst. Das Ganze gibt es natürlich auch für Tablets und für das Smartphone. Dort hast du dann die entsprechenden Apps und dann kannst du das Ganze dort eben auch aufrufen. Wenn du das allererste Mal auf die Seite slides.google.com gehst und dann dort dich eben dementsprechend mit deinem Google-Konto anmeldest oder sogar schon angemeldet bist, landest du auf dieser Startseite von Präsentationen, also von Google Slides. Und hier hast du dann die Möglichkeit, eine leere Präsentation zu erstellen. Oder du gehst eben hier zum Beispiel oben rechts auf die Vorlagengalerie und du hast hier dann auch schon ein paar Vorlagen, aber die benutze ich persönlich nicht. Ich erstelle mir immer eine leere Präsentation und fange dann dort an, eben einfach meine Präsentation zu erstellen. Wenn du dann Präsentationen erstellt hast, werden dir diese hier als solche Kacheln angezeigt und du hast dann hier verschiedene Optionen, wie zum Beispiel, dass du die umbenennen kannst oder auch entfernen kannst. Aber wenn du deine Präsentationen hier in diesen Kacheln angezeigt hast, dann kannst du da einfach draufklicken und dann werden diese geöffnet. Ich erstelle jetzt aber eine leere Präsentation. Dafür gehe ich hier oben links auf das große Plus, wo auch leere Präsentationen steht und klicke dann dort einfach drauf und schon wird eine neue Präsentation erstellt. Und diese sieht dann hier so aus. Wenn du eine neue Präsentation erstellst, geht rechts sofort immer das Design-Menü auf. Für den Design-Bilder, ehemals hieß das Master Slides, habe ich auch schon extra Tutorials gemacht. Das kannst du dir da gerne angucken, auch wie du dort mit Design-Folien und Vorlagen-Folien arbeitest. Ehemals hieß das Master-Folien und dort kannst du dann eben ganz viele Sachen für dein Design einstellen, um eben auch schnell immer wieder ähnliche Folien zu erstellen. Das werde ich jetzt einfach mal wegklicken und ignorieren für dieses Tutorial. Und als allererstes werde ich auch hier im Schnellmenü, das hinter diesem hellgrauen Design ist oder in diesem hellblauen Design, je nachdem wie man das nennen möchte, werde ich hier die Zoom-Stufe von den Folien anpassen. Wenn ich das Ganze hier einmal auf 100% stellen, dass uns das hier nicht so schnell erschlägt. Und dann fangen wir auch schon an mit der generellen Übersicht. Was gibt es denn hier überhaupt jetzt in dieser UI zu entdecken? Ihr habt als allererstes mal in der Mitte eure Folien. Die Basis von euren Präsentationen sind immer Folien. Könnt ihr euch vorstellen wie Seiten von einem Dokument. Aber die sind quasi immer im Querformat gelegen. Ihr könnt sie auch im Hochformat einstellen. Dazu habe ich ein extra Tutorial gemacht. Aber im Normalfall sind die immer im Querformat. Und diese Folien sind quasi die Basis. Ihr könnt dann immer neue Folien erstellen. Und das ist dann eben die Grundlage eurer Präsentation. Die Folienübersicht findet ihr hier auf der linken Seite. Hier steht eine 1 mit einer weißen Folie, weil da noch gar nichts ist. Und da könnt ihr dann hier eben dementsprechend neue Folien hinzufügen. Dazu komme ich aber später. Und ihr habt dann hier eben die Möglichkeit, in der Mitte eure Präsentationen, beziehungsweise die Folie, immer dementsprechend zu bearbeiten. Unten findet ihr noch Vortragsnotizen, die ihr einfügen könnt im unteren Feld. Und da habt ihr dann die Möglichkeit, eben Notizen für eure Präsentation einzutragen. Und wenn ihr dann die Präsentationen präsentiert, werden die euch auch in einem Extrafenster angezeigt, die ihr dann eben während eurer Präsentationen benutzen könnt. Ganz oben links habt ihr die Möglichkeit, eure Präsentationen umzubenennen. Da klickt ihr einfach drauf. Das Ganze nennt sich immer standardmäßig unbenannte Präsentation. Und dort könnt ihr dann zum Beispiel eintragen, meine erste Präsentation. Jetzt müsste man noch richtig schreiben können. Und dann würde das auch besser funktionieren. So. Und da könnt ihr dann auch einfach quasi das reinschreiben. Und dann einfach irgendwo hinklicken. Und dann steht hier kurz, in Google Drive gespeichert. Und dann wisst ihr auch immer, aha, das Ganze wird gespeichert. Hier könnt ihr auch draufklicken und dann steht hier immer nochmal, dass alle Änderungen in der Google Drive gespeichert sind. Und dann wisst ihr auch, aha, okay, Verbindung zum Internet ist da und ihr könnt weitermachen und das Ganze ist gespeichert. Ansonsten finden wir darunter verschiedenste Menüs, auf die ich in diesem Tutorial nicht eingehen werde. Aber wir haben hier die Möglichkeit, verschiedenste Sachen einzustellen. Ich werde mich hauptsächlich hier auf das Schnellmenü konzentrieren, wo ihr verschiedene Dinge einstellen könnt, zu denen wir dann aber im späteren Verlauf von dem Video kommen. Als allererstes möchte ich aber erst mal zeigen, wie ihr neue Folien einfügen könnt. Also ihr habt hier links eure Folienübersicht. Und dort könnt ihr dann einfach auf diese Folie draufklicken und die Enter-Taste klicken. Und schon werden hier neue Folien eingefügt. Und dann haben wir hier schon wieder fünf neue Folien. Wir werden die jetzt gleich mit ein bisschen Inhalt füllen. Und dann können wir die auch dementsprechend hin und her schieben. Und als allererstes habt ihr natürlich immer die Möglichkeit, zu sagen, dass ihr Text einfügen wollt. Und die erste Folie einer Präsentation ist meistens der Titel. Das heißt, es ist jetzt hier einfach mal mein genialer Titel. Und ihr könnt auch immer noch einen Untertitel hinzufügen. Zum Beispiel Präsentiert von Leo oder irgendwas könnt ihr euch da ausdenken. Und dann steht hier eben mein genialer Titel. Und ihr habt natürlich immerhin noch die Möglichkeit, auch das hier zu verschieben. Das heißt, ihr habt hier diesen Kasten drumherum. Das Ganze ist dann ein Textfeld. Wenn ihr da auf die blaue Linie klickt und die linke Maustaste gedrückt habt, könnt ihr das Ganze hin und her verschieben. Zum Beispiel nach oben oder nach unten. Und dann könnt ihr das so anpassen, wie ihr es eben braucht. Oder ihr zieht das Textfeld kleiner. Könnt das hier auch in der Größe anpassen an diesen blauen Punkten. Dort dann auch einfach die linke Maustaste gedrückt halten. Und dementsprechend verschieben, so wie ihr das dann braucht. Genauso wie in Google Docs und in Google Sheets könnt ihr mit STRG Z und STRG Y Dinge rückgängig machen. Beziehungsweise wiederholen. Also das funktioniert hier auch dementsprechend gleich. Und wenn wir dann jetzt einfach mal zur zweiten Folie springen, können wir dann dort meistens eine Agenda beziehungsweise eine Gliederung finden. Und hier können wir dann eben verschiedenen Text einfügen. Ihr seht auch, dass sich das Schnellmenü hier oben immer ändert. Je nachdem, ob wir jetzt zum Beispiel ein Textfeld anklicken. Wenn wir ein Bild anklicken würden, eins eingefügt hätten, dann würde das auch nochmal anders aussehen. Aber da habt ihr dann hier immer für die verschiedenen Möglichkeiten, euren Text zu bearbeiten. Und ich werde jetzt hier in der Agenda einmal mit solchen Punkten, also mit einer Aufzählungsliste mit Punkten, werde ich einfach mal die Agenda-Punkte eintragen. Ich habe das jetzt hier mal ganz kreativ einfach Agenda Punkt 1 bis 7 genannt. Und wenn ihr dann das Textfeld angeklickt habt, könnt ihr auch diesen Text auswählen. Könnt ihr auch den Text einfach mit dem Mauszeiger markieren und dann bearbeiten. Oder ihr klickt auf den blauen Rand vom Textfeld und bearbeitet damit das gesamte Textfeld. Und ihr habt dann noch die Möglichkeit, genauso wie in Google Docs, die Schriftart einzustellen. Ihr könnt die Schriftgröße einpassen, hier mit dem Plus und dem Minus, oder tragt direkt ein, welche Schriftgröße ihr haben möchtet. Ihr könnt es fett machen, kursiv, unterstrichen. Ihr könnt die Schriftfarbe ändern, zum Beispiel dieses Orange. Ihr könnt eine Hervorhebungsfarbe wählen, wie dieses Grün zum Beispiel. Das nehme ich aber wieder raus, weil das jetzt ein bisschen viel aussieht. Ihr könnt hier auch die Ausrichtung einstellen, zum Beispiel, dass das Ganze linksbündig sein soll, zentriert oder auch rechtsbündig. Ihr könnt hier auch den Blocksatz einstellen. Da sich das Ganze jetzt natürlich hier innerhalb von einem Textfeld befindet und nicht auf einer Seite, wie in Google Docs, könnt ihr hier auch noch ähnlich wie in Google Sheets quasi auch die Ausrichtung auf der vertikalen Achse einstellen. Das heißt, ihr könnt das Ganze sowohl horizontal als auch vertikal mittig einstellen oder eben nach unten und nach oben. Also je nachdem, so wie ihr das eben braucht. Ihr könnt auch hier den Zeilenabstand einstellen, dass das zum Beispiel anderthalbfacher Zeilenabstand sein soll. Und ihr könnt hier die Menüs, beziehungsweise die Aufzählung auch ändern mit Punkten oder anderen Aufzählungszeichen, wie zum Beispiel Pfeilen. Ihr könnt hier eine Nummerierung verwenden und ihr könnt hier auch den Einzug ändern. Und ihr habt hier auch immer die Möglichkeit, die Formatierung zu entfernen. Das heißt, ihr wählt dann dort euer Textfeld zum Beispiel aus, klickt auf Formatierung entfernen und schon wird jegliche Formatierung entfernt, außer die Ausrichtung. Und mit Strgung Z mache ich das jetzt einfach mal wieder rückgängig. Aber das ist die Basis, die ihr für jedes Element in Google Slides habt. Ihr könnt auch immer, ihr könnt auch in Formen zum Beispiel Text reinschreiben und dann könnt ihr genauso dort den Text auch bearbeiten, wie das zum Beispiel in Google Docs oder auch in Google Sheets möglich ist. Das heißt, da ähneln sich die drei Tools sehr stark. Was jetzt in Google Slides noch hinzukommt, da ihr dieses Textfeld habt, was quasi ein rechteckiger Kasten ist, habt ihr noch die Möglichkeit, dem eine Rahmenlinie zu geben oder auch generell eine Farbe. Das findet ihr links neben der Schriftart. Dort könnt ihr dann eine Rahmenlinie einstellen, zum Beispiel, dass das Ganze gepunktet sein soll. Dann würde das Ganze hier mit so einer gepunkteten Linie umrandet werden. Ihr könnt dann hier auch die Strichstärke einstellen, links daneben zum Beispiel 12 Pixel. Dann sieht das Ganze so aus. Ihr könnt dafür natürlich auch die Farbe einstellen, wenn ihr das jetzt rot quasi einkreisen wollt. Das ginge auch. Und ihr könnt dem Ganzen auch noch eine Hintergrundfarbe geben, zum Beispiel hier dieses helle Gelb. Dann hätten wir jetzt hier wirklich alle Formatierungsoptionen ausgeschöpft, in der man ein Textfeld formatieren kann. Und das könnt ihr natürlich für jedes einzelne Textfeld individuell einstellen. Wenn ihr das jetzt nochmal für dieses Agenda-Überschriftsding zum Beispiel hier machen wollt, oder auf der nächsten Folie, mein Agenda Punkt 1, wenn ihr das jetzt hier auch noch haben wollt, und ich schreibe hier zum Beispiel einfach nur meinen Text rein, und ihr wollt jetzt den gleichen Stil haben wie davor, dann müsstet ihr das ja jetzt wieder alles einstellen. Und das wäre ja unfassbar aufwendig. Dafür könnt ihr einfach die Formatierung übernehmen. Das heißt, ihr klickt euer Textfeld an, und links oben im Schnellmenü findet ihr den Punkt Format übertragen. Da klickt ihr einfach drauf, klickt dann auf eure Folie, und ihr seht schon, dass ich jetzt dieses Format übertragen Zeichen habe. Und jetzt klicke ich hier einfach meinen Text an, und schon wird das Ganze eben dementsprechend auch so formatiert, und ihr könnt das Ganze übernehmen. Und jetzt sehen wir auch schon, dass sich hier langsam links alles füllt. Ich trage jetzt hier mal noch meinen Agenda Punkt 2 ein. Jedes Element, das auf euren Folien liegt, beziehungsweise was ihr dort einfügt, könnt ihr immer anklicken, und auch einfach entfernen klicken, beziehungsweise einen Rechtsklick, und dann auf Entfernen gehen, und dann könnt ihr, also beziehungsweise löschen heißt das, und dann könnt ihr dort ganz einfach eben auch die Sachen löschen. Wenn ich jetzt hier meinen Agenda Punkt 2 habe, da möchte ich jetzt einmal ein Bild einfügen. Das findet ihr unter dem Einfügen-Menü, und wie ihr schon seht, habt ihr hier auch die Möglichkeit Textfelder, Videos, Formen. Ihr könnt auch Audio einfügen. Das wird hier aber aus irgendeinem Grund gerade nicht angezeigt. Ist aber ein bekanntes Problem, das hatte ich schon öfter auf meinem Kanal als Kommentar, dass das nicht verfügbar ist. Jetzt ist es bei mir auch mal nicht verfügbar. Ihr könnt natürlich Tabellen, Diagramme und so weiter einfügen. Aber zu all diesen Sachen habe ich auch schon extra Tutorials gemacht. Schau dafür gerne einfach auf meinem Kanal und in meiner Playlist für Google Slides vorbei. Dort findest du die entsprechenden Videos. Und wenn ich jetzt hier ein Bild einfügen kann, dann habe ich hier wie immer die verschiedenen sechs Optionen. Also einmal von eurem PC aus hochladen. Ihr könnt in Google Bilder suchen, aus eurer Drive, aus Google Fotos, per URL, oder ihr könnt, falls ihr eine Webcam angeschlossen habt, direkt ein Foto machen. Ich suche jetzt hier natürlich den Standard Laubfrosch aus Google Bilder raus und füge den dann hier einmal ein. Da klicke ich das einfach an und gehe unten rechts auf Einfügen. Und dann wird das Ganze hier als Bild eingefügt und ihr könnt das jetzt, wie ihr wollt, auf eurer Folie hin und her schieben und eben ausrichten. Und dann wird das Ganze eben dort angezeigt. Ihr habt jetzt eben auch noch die Möglichkeit, natürlich das Bild anzuklicken und dann ändern sich hier oben wieder die Optionen. Ihr habt auch die Möglichkeit, einem Bild eine Rahmendinie zu geben. Das funktioniert auch. Da können wir dann einfach sagen, jetzt ist das eben einfach grau umrandet oder wir nehmen hier dieses gestrichelte Muster. Dann ist das dementsprechend umrandet. Ihr habt hier rechts daneben auch noch die Möglichkeit zu sagen, dass ihr das Bild eben zuschneiden möchtet. Das heißt, wenn ihr jetzt hier verschiedene Sachen noch wegschneiden wollen würdet, habt ihr hier diese schwarzen Punkte quasi in der Mitte und dort könnt ihr das dann anpassen. Am Ende klickt ihr einfach Enter und dann wird das Bild zugeschnitten. Ihr habt jetzt aber auch noch die Möglichkeit zu sagen, dass ihr das Bild maskieren möchtet. So nennt sich das in Google Slides. Das heißt, ihr könnt das Bild in eine Form legen. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier ein Dreieck auswählen und dann würde das Bild in dieser Dreiecksform drin liegen und dann habt ihr das Ganze eben so auch dementsprechend eingestellt. Also ihr seht schon, ihr könnt einiges machen mit Bildern in Google Slides. Dafür habe ich aber auch schon ein extra Tutorial gemacht, wo ich noch auf mehr Optionen eingehe. Das sind auch schon mal die grob wichtigsten Funktionen, wie ihr eben Text und Bilder in Google Slides einfügen könnt. Jetzt haben wir hier links schon ein paar mehr Folien und sehen da auch mehr in unserer Übersicht. Wenn ihr das Ganze etwas genauer haben möchtet, habt ihr auch hier links unten die Möglichkeit zu sagen, einmal ihr klappt das Ganze ein. Das heißt, das wird gar nicht angezeigt, wenn ihr jetzt euch eben auf die eine Folie konzentrieren wollt. Aber ihr habt ja auch die Möglichkeit, die Rasteransicht zu aktivieren. Da klickt ihr dann einfach drauf und dann haben wir hier die ganzen verschiedenen Punkte. Und jetzt könnten wir auch jede Folie einzeln anklicken und verschieben. Das heißt, wir nehmen zum Beispiel die Agenda, halten die linke Maustaste gedrückt und ziehen die dann einfach an die Stelle, wo wir die Agenda haben wollen. Macht bei der Agenda jetzt nicht so viel Sinn. Dort müssen wir natürlich dann immer gucken, dass das relativ am Anfang kommt. Wenn ihr wieder zurückgehen wollt, geht ihr einfach links unten wieder auf den Filmstreifen-Layout. So nennt sich das hier wahrscheinlich in der mäßig übersetzten Version. Ich würde das Ganze einfach als normale Seitenübersicht oder ähnlich bezeichnen. Und dann habt ihr hier eben die Seitenansicht von euren ganzen Folien und könnt diese natürlich auch hier in dieser Ansicht hin und her schieben. Nach oben und nach unten schieben. Ihr könnt auch einen Rechtsklick darauf machen und ihr könnt auch diese Folie dann zum Beispiel duplizieren. Das finde ich auch immer ganz hilfreich. Dann könnt ihr die einfach doppelt einfügen, zum Beispiel falls ihr ein gleiches Layout verwenden wollt, etc. oder die Formatierung direkt ändern wollt oder in einer Folie eben nur zeigen wollt, okay, hier ist jetzt ein Textbaustein leicht anders. Dann könnt ihr das eben auch immer ganz einfach einfügen. Und wenn ihr die Folie loswerden wollt, einfach anklicken, Rechtsklick und dann auf den Punkt Löschen oder einfach die Entferntaste klicken und schon wird eure Folie entfernt. Jetzt möchte ich noch zeigen, wie ihr verschiedene Objekte in Google Slides animieren könnt. Mit Objekten meine ich Textfelder, Bilder, aber auch Tabellen und alles andere, was ihr in Google Slides einfügen könnt. Aber das sprengt, wie gesagt, den Rahmen. Deswegen konzentriere ich mich jetzt hier nur mal auf das Wesentliche. Und ich möchte jetzt einmal hier auf der ersten Folie meinen Titel und meinen Untertitel animieren. Wir klicken auf das Textfeld und schon sehen wir wieder im Schnellmenü oben unsere ganzen verschiedenen Einstellungen für den Text und für die Formatierung. Aber wir sehen ganz am Schluss auch den Punkt animieren, denn wir möchten jetzt dieses Objekt animieren und hier haben wir dann verschiedene Möglichkeiten. Also wir können hier verschiedene Animationen auswählen, zum Beispiel langsam einblenden oder auch von rechts einblenden, von links einblenden. Also ihr habt hier verschiedene Optionen. Ich nehme jetzt hier einmal den letzten Punkt drehen und dann könnt ihr hier noch auswählen, wann das Ganze ausgeführt werden soll und zwar beim Klicken. Das heißt, wenn wir dann präsentieren, müssen wir einen Klick auf der Tastatur machen, also auf den Pfeiltasten, um dann quasi Google Slides zu sagen, okay, jetzt die nächste Animation abspielen und dann würde dort mein Titel quasi animiert werden. Und jetzt können wir hier auch noch sagen, wie schnell das Ganze sein soll und das soll schon in einer Sekunde passieren, dass das Ganze nicht so langweilig ist. Aber wir haben jetzt auch noch natürlich die Möglichkeit zu sagen, hier meinen Untertitel anzuklicken und jetzt haben wir hier rechts schon das Bewegung-Menü beziehungsweise das Animieren-Menü und hier können wir dann auch einfach sagen Animation hinzufügen und dann sage ich jetzt hier, dass das einfach nach oben oder von oben eingeblendet werden soll und auch wieder beim Klicken und dann können wir hier diese Animation einstellen. Ihr könnt auch noch einen Übergang einfügen. Das sind dann Animationen zwischen zwei Folien, also wie von einer Folie zur nächsten Folie quasi der Übergang gemacht wird. Das müsst ihr nicht machen, ansonsten klickt ihr einfach weiter und dann erscheint die Folie und Animationen beziehungsweise Objektanimationen sind immer nur Animationen, die auf einer Folie stattfinden. Wenn ihr jetzt einmal eure Animationen anschauen wollt, dann könnt ihr hier auch einfach auf den Punkt Abspielen klicken. Das heißt, es wird quasi eine Vorschau geladen. Jetzt haben wir einmal mein genialer Titel und jetzt kann ich einmal weiterklicken und dann dreht er sich quasi und jetzt kann ich noch einmal klicken und dann wird präsentiert von Leo eingefügt und jetzt steht hier zum Fortfahren auf die Folie klicken. Das mache ich einmal und jetzt haben wir das quasi einmal animiert. Wenn ich jetzt das Ganze einmal präsentieren wollen würde, um mir dann auch einmal die Animationen anzuschauen, so wie sie dann eben später in der Präsentation auch vorkommen würden, dann geht ihr einfach oben rechts auf den Punkt Diashow und dort könnt ihr quasi die Diashow starten, also quasi die Präsentation. Ich weiß auch nicht, warum das Diashow heißt. Da habt ihr auch noch die Möglichkeit zu sagen, dass ihr das Ganze in der vortragenden Ansicht startet oder von Anfang an, denn wenn ihr jetzt zum Beispiel auf Folie 4 steht und sagt Diashow, dann beginnt das Ganze mit Folie 4. Mit Escape kommt ihr immer wieder aus der Präsentation heraus und wenn ich jetzt eben hier sage, Diashow starten, also auf Diashow klicke, dann sehen wir hier jetzt schon meinen genialer Titel und der Untertitel ist quasi noch nicht aktiviert. Wenn ich jetzt mit der Pfeiltaste entweder nach rechts oder nach unten, so könnt ihr das Ganze quasi vorwärts spulen, vorwärts klicken. Wenn ihr rückwärts klicken wollt, geht ihr einfach nach oben oder nach links mit den Pfeiltasten. Dann wird jetzt hier einmal mein genialer Titel animiert und der dreht sich und wenn ich jetzt noch einmal mit der Pfeiltaste klicke, dann wird auch eingefügt, präsentiert von Leo. Und wenn ich jetzt einen Klick weitermachen würde, dann komme ich zum nächsten Punkt. Das sieht einfach wunderschön aus und so weiter kann ich mich dann eben durch die Präsentation durchklicken und wenn ich fertig bin, dann geht es irgendwann nicht mehr weiter. Dann kann ich einfach Escape klicken und schon bin ich wieder aus der Diashow raus. Jetzt habt ihr aber noch die Möglichkeit, das Ganze auch in der vortragenden Ansicht zu starten und da können wir dann hier einfach zum Beispiel mal unten noch eine Notiz einfügen, meine Notiz zum Beispiel und dann wird diese auch über die vortragenden Ansicht angezeigt. Das heißt, ihr seht jetzt, okay, hier habe ich jetzt noch dieses Extrafenster, was ihr dann zum Beispiel auf einen zweiten Monitor oder ähnliches machen könntet und ihr habt dann immer hier die Möglichkeit noch zu sehen, was sind meine Vortragsnotizen, wie viele Folien habt ihr, wie lange geht schon die Präsentation und so weiter, auf welcher Folie bin ich und ihr könnt hier auch einfach auf Weiter klicken, dann wird das animiert und ihr seht dann auch immer, was als nächstes kommt, also welche Folie kommt als nächstes, das jetzt eben hier präsentiert von Leo steht und so weiter und ihr habt hier auch Tools für Publikumsfragen. Dort könnt ihr zum Beispiel eine Fragen-Antworten-Sitzung starten, wo ihr dann quasi einen Link bekommt, während eurer Präsentation, denen dann Personen, die eurer Präsentation folgen, eben aufrufen können und dort könnt ihr dann anonym auf Fragen stellen und die tauchen dann hier auch in dieser Fragen-Antworten-Ansichten auf, dazu habe ich aber auch schon mal ein extra Tutorial gemacht, schau dir das also gerne in meiner Playlist an. Wenn ihr das Ganze hier beenden wollt, klickt einfach, schließt einfach das Fenster, klickt in eure Präsentation und drückt Escape und dann kommt ihr auch wieder aus eurer Präsentation heraus. Das ist auch schon der grobe Funktionsumfang von Google Slides, also wie du eine Präsentation erstellen kannst, wie du Folien erstellen kannst, wie du die Reihenfolge von den Folien ändern kannst, wie du Text und Bilder einfügen kannst, wie du halt auch dann noch zum Beispiel Animationen einfügen kannst oder auch Übergänge und zum Abschluss möchte ich dir noch zeigen, wie du die Datei herunterladen kannst oder auch ausdrucken kannst. Du hast hier im Schnellmenü, wie auch bei Google Docs und Google Slides, dieses Drucker-Logo, wo du dann einfach draufgehen kannst und dort kannst du dann dein Dokument drucken und hier hast du dann eben auch die Möglichkeit, jede einzelne Folie auf einem Papier auszudrucken. Du hast auch die Möglichkeit, unter dem Dateimenü und dem Punkt herunterladen, das Ganze als PPTX, also als Microsoft PowerPoint-Datei herunterzuladen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass du eine PowerPoint-Datei in Google Slides importierst. Dazu habe ich auch schon mal ein extra Video gemacht. Bedenke aber dabei, dass dort nur die meisten Standardsachen funktionieren werden, das heißt Textfelder werden übernommen, Bilder etc. Alles andere wird ein bisschen schwierig, vor allem bei Animationen oder sehr komplizierten, komplexen Einstellungen. Da wird es eben schwierig, dass das Google Slides 1 zu 1 so übernehmen kann, weil auch Google Slides einen etwas geringeren Funktionsumfang als PowerPoint hat. Das heißt, ich würde dir immer empfehlen zu sagen, okay, wenn du eine Präsentation erstellst, überleg dir, in welchem Format du das Ganze machst. Aber es ist möglich, das auch zu konvertieren. Dafür habe ich auch schon mal ein extra Tutorial gemacht. Das kannst du dir gerne auf meinem Kanal anschauen. Aber die Möglichkeit besteht natürlich auch, deine Google Slides Präsentation als PDF herunterzuladen. Und wenn du da drauf klickst, dann wird das Ganze heruntergeladen und ihr habt jede einzelne Folie, die ihr quasi erstellt habt, als PDF verfügbar. Die wird dann einfach auf eurem PC heruntergeladen und so könnt ihr das Ganze eben auch als PDF speichern. Was beim Drucken und beim Herunterladen als PDF auch noch zu beachten ist, ist, dass ihr unter dem Dateimenü auch noch den Punkt Druckvorschau habt. Und dort könnt ihr dann wirklich individuell einstellen, wie ihr das Ganze ausdrucken möchtet. Zum Beispiel könnt ihr hier eine Folie mit Notizen machen oder ohne Notizen. Das heißt, wir würden dann sehen, welche Notizen dort hinzugefügt werden. Und ihr könnt dann hier auch zum Beispiel sagen, dass das Ganze als Handout gemacht werden soll mit zwei Folien pro Seite. Dann wird das angepasst. Und ihr habt dann auch natürlich noch die Möglichkeit, zu sagen, ob das ein Querformat oder Hochformat sein soll und was hier noch ganz wichtig ist, ihr könnt es dann nicht nur ausdrucken, sondern ihr könnt dann das auch noch mal extra als PDF speichern, was ich ziemlich genial finde und das ist wirklich gut zu wissen, vor allem, da ja Präsentationen auch oft in der Schule oder in der Uni gemacht werden und da es öfters vorkommen kann, dass solche Handouts zum Beispiel erstellt werden und da habt ihr dann auch die Möglichkeit, hier wirklich sehr individuell einzustellen, wie das Ganze aussehen soll. Und das war es dann auch schon quasi mit meiner Einführung zu Google Slides im Jahr 2023. Wenn du noch mehr zu Google Slides erfahren möchtest, schaue gerne auf meinem Kanal vorbei. Dort findest du zahlreiche Tutorials über Google Slides. Ich hoffe, ich konnte dir mit dem Tutorial weiterhelfen. Wenn du irgendeine Frage hast, schreibe es in die Kommentare, like das Video, wenn es dir gefallen hat und abonniere meinen Kanal. Jeden Dienstag und Donnerstag um 10 Uhr kommt ein neues Tutorial online. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Bleib gesund. Ciao. Bis zum nächsten Mal.